Hallo und herzlich willkommen, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut und seht euch elastischen Hosenbund Senior oder keine Ahnung, Junior Junior oder ich weiß nicht, er ist ja der Bruder. Also guckt euch sein neues, sein schönes Bild an. Sieht ja nicht schön aus. Fast seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch sexy. Familie Hosenbund. Kilo geht's auch beschissen. Aber Kilo hat beim letzten Mal gewonnen. Hat beim letzten Mal gegen Leighton Orient gewonnen. Ja, die stehen ein bisschen im Mittelfeld. Also es war schon ein Start gewesen. Muss man auch mal dazu sagen. Also nicht immer alles schlecht reden hier. Und Jimmy Letchwood geht auf Trainerlehrgang für seine Pro-Lizenz. Da ist es. Johnson gegen Shrewsbury. Können sie was machen. Jordan gegen Lincoln. Können sie was machen. Fleetwood Town gegen Riding. Wird ein enges Ding. Regan Oxford. Kann man nichts zu sagen. Und Wycombe gegen Bolden. Dann Kilo. Reiß dich zusammen. Liefer ab. Jetzt musst du abliefern wie Lieferando. Let's go. In Regan. Im DW Stadium. Auf Regan. MacAkron. Was macht der denn? Nur gut aufgepasst. Beatley gut aufgepasst. Was macht der MacAkron? Schläft der noch oder was? Gar nicht auf dem Platz. Die sind noch gar nicht auf dem Platz. Die sind noch gar nicht auf dem Platz. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ist denn das schon wieder? Kommen jedes Mal gerade so an die Bälle ran und dann... Also wir haben glaube ich keinen einzigen Torschuss von den drei, die wir hatten gesehen. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Das ist Wahnsinn. Kriegt wieder Miles. JackAkron. McRae. Latte. Brown bringt einen guten Schwung rein. Da so dunkel und er macht den nicht. Brown bringt guten Schwung rein ins Spiel. Oh bitte lass uns nicht, ey. Wir kommen ins Spiel zurück. Wir haben Chancen und dann frisst du aber die zweite Chance von dir in der zweiten Halbzeit. Was darfst du? Wie oft willst du zu spät kommen in den Aktionen? Ja. Wie oft willst du zu spät kommen in jedem Zweikampf? Sag einfach ja. 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 Sam Long, Anschlusstaffer. Murphy. Murphy. Absolut verdient die Niederlage. Bin ich sehr bedient. Bounseling gewinnt 4-3. Blackpool mit Buffen. Gewinn 3-0. Lincoln Schatten 0-0. Reading geht 5-0 gegen Fliedfunktaut. Alter, was ist da los? Olden gewinnt 2-1 gegen Wycombe. Wir verlieren halt gegen Rien. Renniker nicht mehr wegen Verkaufs. Und Gott, wir werden beunruhigt. Dankeschön. Danke, Brannigan. Endlich bist du wieder, mein Junge. Hansley gegen Fleetwood Town. Schatten gegen Bolton. Und Oxford gegen Wycombe. Blackpool gegen Peterborough. Auf geht's. Gegen Wycombe. Gegen David seine Truppe. Wir müssen liefern. Sonst haben wir die dritte Niederlage in Folge. So, gutes Spiel, David. Gutes Spiel. Wer macht den ersten Fehler? Darauf kommt's an. Sehen wir unser erstes Highlight. Mal sehen. Brown again. Brown. Edwards. Oder Salz. Null. Ist es abseits. Wir jetzt mal mit einer Ecke kommen. Gagrin. Oh, was ist denn? Brown. Brown. Setz dich gut durch. Brown. Ecke vorbeikommen. Bei Ecken sind wir anfänglich, glaube ich. Leitch. GG an David. GG. Fleetwood Town gewinnt 3-0. Durch die rote Karte von Bounsley. Schatten gewinnt 2-1 gegen Bolton. Oxford Wycombe 0-0. Das ist belastend. Ich sehe das jetzt schon. Derby County und Blackpool, die werden wegziehen. Das wird so schmutzig werden. Oh, Carabao kam es jetzt auch noch. Chelsea gegen Fleetwood Town. Bounsley gegen Bolton jetzt noch in der Liga. Bounsley verliert leider 4-0. Und Wigan gewinnt gegen Peterborough. Chelsea gewinnt 3-1 gegen Fleetwood Town. Die Reise von Fleetwood Town im Carabao Cup ist jetzt beendet. Aber starke Leistung. Die Menschen aus der Dritten Liga, die mit am weitesten gekommen ist. Sportler leistet bei Greg Leitch. Ey, das gibt es doch nicht. Gucken können, wie es bei Colby aussieht. Colby ist 16-er. Ansel gegen Peterborough. Charlton gegen Alcruz, Schramm. Wycombe, Inc. Raleigh. Fleetwood Town mit der hatteste Aufgabe gegen Derby County. Und Oxford gegen Mainheat. Charlotte Brown. Brown gegen Nelfmeter. Ich weiß nicht warum. Wer schießt? Brennigan oder was? Was jubelt? Der hätt schon vorm Schuss? Oder das ist Harris? Der jubelt schon vorm Schuss? Ist das eine gewisse Arroganz oder was? Mark Harris. 1-0. Sechste Saisontor. Ja, Ausgleich durch Mainheat. Ja, ja, ja. Und jetzt klingt mir fast... Alter, klingt mir fast 2-1. Frage gemacht. Edwards. Boston. Edwards, Murphy, 2-1. Murphy, endlich trifft er wieder. Richtig. Edwards mit der Vorlage. Aber es sind halt beides. Oder beziehungsweise Murphy ist halt kein Kopfballspieler sonst. Muss man auch mal sagen. Rame, vielleicht jetzt. Murphy. Murphy. Da ist es nicht. Jetzt kommt Murphy. Murphy. Brown. Schade. McRain. McRain. Das ist... Marcus McRain mit der ersten Saisontor. Brennigan. Schade. Wolfman oder Donker wären lieber auf der Bank geblieben. Was gibt es jetzt auf Meter? Der Green klärt den Ball nach außen. Dann kommt der Gegenspieler dazu. Und dann gibt es auf Meter. Bro. Ich habe alles gesehen. Bitte wiederhole ich mich für dich. Alter, sehr ruhig. Mach keinen Scheiß. Hör doch auf, Alter. Was ist denn das? Das kannst du doch keinem erzählen. Sogar der Teutel mit vorne. Es war so ungefährdet. Das muss ich echt sagen. Das ist eine Einstellungssache. Das beste Beispiel. Ich wechsle zwei Spieler ein. Wechsle zwei Spieler ein. Und die sagen, sie wären lieber auf der Bank geblieben. Kleine Riemen runterlaufen lassen. Warum kannst du die Spieler nicht mehr bestrafen? Das ist so hirnrissig, dass es weg ist. Ich habe doch nicht angeregt, dass es passiert. Aber es war cool. Bansley verliegen Peterborough. Schalke mit 3-1. Lied, wo tauchen von dir 2-0. Gut, was war zu erwarten. Alle wollen abhauen. Ja, alle schieben beim Prello. Achete, sieben Verhartung. Verhartung der Oberschenkel-Rücksal. Ja, 10 Fraktur, 3 Wochen. Ach, leckumio. Ihr seid solche Pussis. Derby, County gegen Bansley. Könnte das letzte Spiel für Kilo sein. Fleetwood gegen Exeter. Leighton Orient gegen Oxford. Faden gegen Postmorph. Und Wyckup gegen St.Ach. Schiller Volk, eigentlich. Let's go. Auswärts bei Leighton Orient. Und sehr gut. Time long for, let's see. 1-0. Von Braun, sehr schön. Braun, spring rein. Spring rein. Warum schießt du von dort? Du bist auf der Grundlinie. Wie willst du da so schießen? Und gibt's denn da schon wieder ein Elfmeter? Die sehen sich so dumm aus, weil's keine Elfmeter sind. Das ist so. Den Stream hätte man halt auszulassen können. Das hätte man sich auch einfach mal, einfach mal lassen. Einfach mal sein lassen. Bleiben auf 4, weil alle hinter uns halt auch Punkte lassen, gell. Franz Leverlitz war nur. Spiel 1-1 bei Leighton Orient. Wie lange ist Long verletzt? Jo, klasse. Vielleicht in der Vertragung von 5 Wochen bis 2 Monate. Herzlichen Glückwunsch. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.